happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele heute wieder mech arena und ich würde auch sagen wir starten sofort mit dem wettbewerb viel spaß ok und dann würde ich mal sagen geht die erste runde los muss man mal ein bisschen auslösen hier gar nichts cool was ist denn das für eine runde eine neue runde wir fangen von links nach rechts an kann ich ja den hier sehr gut spielen diese runde jawohl ein bisschen lege ich mir gerade wieder kein problem ja voll jetzt ein schau mal die andere seite an wie es da aussieht schön so rüber laufen und die andere Seite war besser so rüber laufen zack 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 also ich glaube hier ist besser glaub ich wo auch ja 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 hm nicht getroffen hm nicht getroffen Leider kein Kill dabei Komm, noch einmal, der ist nicht gestorben Fast ein Kill, fast Jawohl, da war einer Er hat mich getroffen, nein Ok, jetzt ist er laut, jetzt kann ich den anderen nehmen Das Line Oh, hier oben vielleicht mal rauf gehen. Jawohl, nein, aber ich bin, glaube ich, kein MVP. Oh, doch, mit meiner Artillerie, mit meinem Paragon, Paragon, Paragon. Eine Goldmedaille, schön, finde ich nice. Bewertung anschauen, dann war ich der beste Spieler wahrscheinlich. Das war nicht der besten MVP, aber der besten Spieler. Aber der beste Spieler, nein doch nicht, er war ein bisschen besser. Aber ja, egal, nächste Runde gewonnen, das ist doch alles, oder? Ja, dann bis gleich. Okay, let's go. Die zweite Runde geht los. Wir haben mit dem Lanza aufgehört. Das war mit dem Arbeiter. Und ich werde mich gleich da hinten umstellen. Oh, da. Ah! Free Fire! Steht alle hier unter mir! Hey! Er hat mich getrocknet! Was ist das für ein? K.E. natürlich! Oh! Gewehr! Oh! 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 Okay! Oh! 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 im Weg gemacht also ist eigentlich eine sehr offene Runde aber dadurch dass hier immer so kleine Sachen im Weg sind wo man schnell gegen schießen kann muss man eigentlich immer sehr gezielt schießen nach nah ach der hätte wahrscheinlich den Eindruck noch kriegen können 5 zu 2 ja, nice, nice, nice schön noch eine Goldmitteilung, ich sehe aber nur, schade ne, dann bis gleich ok und die letzte Runde geht los ich werde jetzt nicht mit Junknuts spielen ich werde jetzt mit den Cuyat spielen mit ihnen hier weil dann habe ich mit allen gespielt der wird wahrscheinlich auch erst sterben und dann will ich nach Junknuts wieder zurück gehen weil mit Junknuts stehe ich ja meistens hinten war ich ja da was habe ich denn mit den Longarmen ich weiß es nicht auch wie bei irgendein Gewehr schnell versteckt aus aus genau das war ein Satz mit X das war wohl nix ah miss durch der kleinen Lücke da hätte ich ihn auch noch fast erwischt und da habe ich ihn auch nicht erwischt dieses auch einmal verloren ich hoffe jetzt werden wir es ändern ich hoffe wir werden jetzt gewinnen ich stelle uns hier wieder oben ein bisschen erhöht auf dem Podest okay okay da hinten steht einer hier es war für mich 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. Ach ne, immer genau nachgegen der Wand. Warum treffe ich den denn nicht? Meine Güte. Ein bisschen Zielwasser. Prost. 3. 2. 1. Ich hab doch noch verloren. Zielwasser war es zu spät. Na egal. Verloren. Zweimal gewonnen, einmal verloren. Das war eigentlich eine schlechte Statistik gerade. Es war glaube ich nur KI gewesen. Was soll's? Und ich brauch noch eine Goldmedaille. Hier. Muss ich gleich nochmal eine Runde. Control spielen. Der beste Spieler aus meinem Team. Aber insgesamt nur der viertbeste. Alles gut. Gut. Da würde ich mal sagen. Das war's für heute. Ich sage Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier mal seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.